Da willst du rein? Ja. In goldenen Handschuhe? Ja. Da gehen auch normale Menschen rein. Soldaten Norbert, Tampon Günther, Cooler Rum Waldraut, Nasen Ernie. Frag die Dame mal, ob sie noch was trinken möchte. Nee. Er ist mir zu hässlich. Und wer sind sie? Der Honka. Was stinkt ihr da so? Einen wunderschönen guten Abend, die Damen. Junge, komm bald wieder, bald wieder. Es gibt genau drei Gründe, warum der Mensch trinkt. Erstens, um was Schlimmes zu vergessen. Zweitens, um was Schönes zu feiern. Und drittens, wenn mal nichts los ist, dass was passiert. Ja. Ich mag mir sagen.